Hier auf der Axalp gilt es eine Sicherheitszone mit dem Radius von minimal 600 Metern frei zu halten. Somit garantiert man, dass keine Personala... ...und so ein Flugzeug in einer minimalen Höhe... ...und so etwas, das ist yaارiert... ...und so ein Flugzeug im Stream Das war's für heute. Im Normalfall starten und operieren die Piloten der Schweizer Luftwaffe, die F-18 am Netz, in diesen Höhen nicht mit Nachbrennern, aber das Programm, wie sie sich selbst vorstellen können, eines Vorführelementes ist nicht möglich, hier zu fliegen ohne Nachbrenner. Aber im täglichen Betrieb nehmen wir natürlich äusserste Rücksicht auf die Bevölkerung und versuchen, Lärmemissionen zu gut es geht zu vermeiden. Und auch nicht gross beschreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020